Servus, grüßt euch. Ich habe jetzt mit einigen Leuten schon gesprochen, gechattet und auch telefoniert, die mich immer wieder gefragt haben, hey, dieses All-in-One am 5. Juli im Nemetschek-Haus in München, das ist doch eine Altplan-Veranstaltung. Warum soll ich da hinkommen, wenn ich gar keinen Altplan verwende? Es ist eben keine Altplan-Veranstaltung. Die Veranstaltung heißt zwar All-in-One und die erste Veranstaltung ist im Nemetschek-Haus in München, das ist korrekt. Dennoch ist es keine reine Altplan-Veranstaltung. Es gibt Fachvorträge von Kallenberg-Ingenieure Max Frank und Beto Max. Hier werden zum Beispiel viele Fehleranwendungen gezeigt und aus Fehlern lernt man ja am meisten, würde ich sagen. Es gibt Anwendungsbeispiele und einfach spannende Fachvorträge. Unter anderem gibt es natürlich auch meinen Fachvortrag, der natürlich Altplan behandelt, aber der Rest ist völlig Altplan-frei. Und für den her, kommt es vorbei, meldet euch an. Es gibt 100 Plätze zu vergeben. Wenn die weg sind, sind es weg. Also ciao, wir sehen uns am 5. Juli in München. Servus, euer Peter.